Dies ist jetzt die letzte Folge von Valheim. Was heute passiert, das erfahrt ihr in dieser Folge nach dem Intro. Damit ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Wir wollen in die... Nein, nicht in die Einstellung. Wir wollen Münel schließen. Wir lesen erstmal, wo wir das nächste Geweih finden können. Ich bin Königin erster im Wald. Ich beherrsche die Tiere. Ich kann ihre Pein. Meine Wurzel huschen bei Städten sehr alt. Ihr Fleisch mein Mahl. Ihr Blut ist mein Wein. So, wir müssen hier in den Schwarzwald. Und da bekommen wir eben... Ja, da ist irgendwo der zweite Boss. Und... Jo. Dann suchen wir mal den... Äh... Äh... Dunkelwald. Ein Hirsch, ein Hirsch, ein Hirsch. Hirsch ist schön. Hirsch ist lecker. Hm. Oder? Hm. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wah. Ach, ja, den doch. Wo müssen wir denn hin? Ja, in... Erstmal in den Dunkelwald. Das müssen wir auch im Fall. Was sind das denn für Hütten da? Ich bin irritiert, warum ich ihr gerade Schaden bekommen hab. So, nimm auch mal ein paar Bären mit. Ein Kohlen, ja. So, den... Machen wir schon gleich wieder. Rapputti, ja. Rapputti, Rapputti, habe ich gesagt. Ja, und laufen erstmal hier weiter. Durch den wunderschönen Wald. Und irgendwo, wo wir mal kurz schlafen können. Wir können kein Boot bauen, weil wir nicht die richtigen Sachen haben. Oder wir brauchen erstmal eine Bergbank. Und, ähm, ja, dann können wir auch ein Boot bauen. Alles klar. So, dann schwimmen wir doch hier einfach mal der Wind hier rüber. So fängt an zu frieren. Uh. Das ist nicht toll. Eine Fläche, die gleichmäßig ist. So. Hm. So, die darf vielleicht so neun. So, die ist noch. Okay. Weil wir nicht mehr haben. Können wir schon ein Bett herstellen? Nein, können wir nicht. Äh, für Bett fehlt uns Holz. Oh Gott. Ich, das bin schon wieder nervig. Ich weiß. Ich ist schon wieder nervig. Wir müssen ein bisschen Holz abbauen. Dann kann man dann offline irgendwann mal wieder, wenn man Valheim spielt, mit euch zusammen. Oder ich alleine. Oder mit Slizco. Äh, Slizco ist heute nicht da. Ähm, darum nehm ich auch heute selber auf. Ähm, aber, ja. Trotzdem, ich sage hier hier erstmal die letzte Folge von Valheim. Ähm, es soll irgendwann das große Update kommen. Aber ich kann euch nicht sagen, wann und wie. Hm. Wir müssen gleich... Ähm, nein. Ja. Okay. Leute, das war, yeah. Einfach von der Folge. Ähm. Ähm. Ja. Okay. Wie echt genau mit Valheim weitergeht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Äh, vielleicht kommt irgendwann wieder ein Nextplay. Ich habe keine Ahnung. Und damit würde ich erstmal mich verabschieden von Valheim. Wir sehen uns das nächste Mal bei irgendwie beim nächsten Game. Und somit ist Valheim für dieses Mal zu Ende. Macht gut. Und, ja. Mal schauen. Vielleicht wird ich irgendwann wieder Valheim. Ja, auch diesen Kanal geben. Schönen Tag. Macht gut. Tschüss. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag.